einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer udin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen heute niffelheim zocken da bin ich schon mal sehr gespannt drauf name klingt sehr vielversprechend niffelheim gibt es für die playstation für die xbox für die switch und für den pc ich werde es auf der ich jetzt auf der ps4 zocken ich werde das video nicht rendern ich werde kein intro kein auto davor machen gar nichts ich werde reines gameplay material hochladen mit einer sehr hohen bitrate nämlich übrigens auf damit ihr sehr nah an dem wirklichen ergebnis dran seid ich nehme 4k auf so wie die ps4 empfängt ich spiele auf der ps4 pro weg jetzt abbrechen wir wollen jetzt endlich mal zocken ich habe schon so ein paar bilder gesehen von niffelheim das ist so wie das mit dem prinzen was ich gespielt habe wenn das so ist deutsch ich weiß aber jetzt nicht ob es nur der untertitel ist oder soundeffekte musik mal auf 3 soundeffekte auf 5 lassen wir so ist eigentlich gespeichert da bin ich jetzt mal spannend ob es jetzt vielleicht wer deutsch als ton ist oh was haben wir denn hier wir können jetzt in welten schöpfung wenn der drache nicht lila wäre wäre der geil aber ich nehme den wolf und da wir alleine sind und da wir alleine sind das war jetzt eine tanzbar bei uns im ort. baserker wikinger. ich nehme nur wikinger. nicht baserker oder? ich bin gespannt. nicht wundern, dass hier ein bisschen hell ist. ich habe eine ungünstige position hier direkt am fenster. okay, wir können hier gleich bauen, aber wir haben nichts. okay, wir müssen jetzt hier holz aufsammeln. ah, hier können wir rein. okay. ich brauche ein Brot, okay. ich kann mich nicht auf den thron setzen. hier steht zwar... ah, jetzt. ich bring dir ein Brot. jetzt habe ich ein Brot gefunden, da bringe ich dir das. jetzt geht es gleich GR Christendus. jetzt schnell schenk schenk. hit e h le Vielen Dank. Ich habe die Bilder angeguckt von der Xbox-Version, von der Playstation-Version, die seht ihr ja jetzt, und von der Switch-Version. Ich werde auf meinem Blog vielleicht mal die drei Bilder veröffentlichen untereinander und draufschreiben, welche welche Version ist. Da könnt ihr sehen, die Switch-Version sieht nicht so gut aus. Da sind die kleineren Details nicht so gut zu sehen. Okay. 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 Nein, schreinig. ich will jetzt erst mal gucken ob hier noch was ist vorweiteren hier ist nichts nur giftiger nebel scheiße bin tot ich habe nicht auf meine gesundheit geachtet jetzt lebe ich wieder ich gehe jetzt erstmal hier weiter ich brauche unbedingt holz ich muss ja feile mal machen ich brauche es nicht so gut Mist, ich hätte mich mal, ich hätte mich mal heilen sollen irgendwie, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie, ich muss da tränke oder irgendwie, ich hab da irgendwas für das Lagerfeuer gesammelt, ich muss da jetzt irgendwie hier auch mal. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Scheiße. Hm. Vielleicht doch mal mit einem Flitzebogen. Ich muss mal gucken, dass ich Pfeile irgendwie machen kann. Ich habe ja hier noch Holz aufgesammelt und so. Muss man doch irgendwie auch Pfeile herstellen können, oder nicht? Der ist auch schon fast kaputt. Wo mein Knüppel ja auch schon fast kaputt ist. Okay. 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 In meiner Werkstatt. Mist. Ich krieg diesen Wolf nicht hin. Ein Weg doch mal Türmen unter meiner Werkstatt, also in meinem Zuhause hin. Vielleicht kann ich da was herstellen. Eine Axt wäre nicht schlecht. Also nicht jetzt nur zum Bäume fällen, sondern eine richtige Axt jetzt. Flüchten wir mal nach Hause. Bauen. 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 ok dafür brauche ich bretter und kupfer habe ich nicht sägemühle bauen, machen wir mal eine sägemühle. mit der sägemühle kriegt man nicht bretter hin das haben wir nicht so dann können wir jetzt auch eine kiste bauen ne ich habe nur verfügbar acht stück, naja hab ich da genocht das erzpferd noch, aber das geht jetzt schon mal, das ist schon mal gut Tresor öffnen oh ich habe ein schwert und ne keule habe ich ja auch wieder schmiedebau, oh yes ah fuck, da fehlt mir jetzt baustein das ist 2 von 4 das war doch auch die möglichkeit bergwerk, oder? hier jetzt hier einfach mal ein bisschen abbauen auf jeden fall haben wir jetzt mit dem schwert schon mal bessere chancen das ist besser als eine keule gegen den wolf auf jeden fall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Hacke ist bald kaputt. Meine Hacke ist bald kaputt. Ich sterbe wegen dem scheiß Igelfieh. Okay. Also wir bauen, wir müssen praktisch erobern, also Zeug kaputt machen, um neue Zeug zu bekommen, beziehungsweise zu bauen, um unser Grundstück zu verbessern. Eine Küche bauen, ja, eine Küche ist nicht schlecht. Erschaffen. Okay. 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 Und Tor bauen. Fehlt mir immer noch Erz. Eine Chemiewerkstatt bauen. Yes. Erschaffen. Dafür habe ich jetzt gar nichts, aber egal, wir finden ja wieder neue Zeug. Ein Trubon geht nicht. Da ist etwas. Da ist etwas. Da ist etwas. Das ist etwas. Dann ist etwas. Okay. Da haben wir nichts dran, auch nichts dran, ok. Jetzt haben wir nichts. So, jetzt können wir die Schmiede bauen und jetzt können wir es schaffen. Scheiße, wir können gar nichts erschaffen, doch hier unten, nee, gar nichts. Hmm. 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 Ich würde gerne eine Spitzhacke bauen wollen. Aber hier ist keine Spitzhacke mit dabei. Äxte und Schwerter sind mit dabei, aber keine Spitzhacke. Ich hätte jetzt gedacht eine Spitzhacke ist jetzt bei der Schmiede mit dabei. Man verbessern kann es auch nicht. Da fehlt mir jetzt auch noch was. Ich habe es jetzt einmal verbessert. Ich bin noch dabei. Ich kann nichts mehr verbessern. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Wir haben aber auch viel Zeug. Ich packe das mal alles in die Kiste. Dann gehen wir mal wieder nach draußen. Ich habe jetzt... Aber ich gehe jetzt erstmal nach rechts. Wir waren jetzt links und da war dann der Wolf, wo wir nicht weitergekommen sind. Jetzt gehe ich einfach mal nach rechts. Also ich wollte nur gucken, ob ich hier das Haus noch ausbauen kann. Nein, kann ich nicht. Ich brauche Seil. Ich brauche... Also ich brauche auf jeden Fall mehr. Ich will noch einen Hühnerstall und das alles bauen. Bibi? Meinen. Ssss. Yona. 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 Komm mir. Irrrroh. Oh, das ist gut, Zweige, Zweige ist immer gut. Die werden auch richtig leer, die Sträucher, ist ja geil. Ne, da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Ach, ich habe eine Kochstelle, cool. Aber wir setzen uns erstmal auf den Thron. Gut, es gab Energie. Ach, ich habe eine Kochstelle. 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 Gut, also gegen den Wolf haben wir noch keine Chance. Der hat 160. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder unseren Körper einsacken. Der liegt da hinten rum. Und dann botten wir erstmal hier weg. Weil dann gegen den Wolf mit 160 haben wir null Chance. Dann botten wir erstmal nach Hause. Verlies betreten. Wir gehen erstmal ins Verlies. Die Skelette gehen ja noch. Aber da sollen ja auch noch fette Käfer wie auf dem Bild kommen und so. Also laut Screenshot jedenfalls zeigt. Da hat ihr gesehen. Oh, meine Energie. Ne, da botten wir mal lieber. Ich habe keinen Bock hier wieder zu sterben. Gut, ich bin hier stauben. Auf dem Weg nach Hause. Was ist denn da für ein Käfer? Gott sei Dank muss ich jetzt da nicht rein. Das liegt ja alle da rum. Also mein Körper ist da. Das ist ja cool. Wir können hier wieder Beeren sammeln. Ich drücke immer aus Versehen zu oft, also zu doll rauf. Und dann kommt dieses Menü. Aber ich habe kein Seil. Wie kann man denn Seil herstellen? Mit Zitadelle. Dafür brauche ich auch Seil. Aber das können wir herstellen. Türme können wir auch herstellen. Oh, eine Trophäe. Ja, das war's. Also jetzt brauche ich Erz und sowas alles. Oh, ich kann jetzt eigentlich Bolzen herstellen. Ich habe nicht genug Erz dafür. Nicht dein Ernst. Vielleicht kann ich ja jetzt, weil ich jetzt weiter bin, in der Schmiede auch Spitzhacken herstellen. Ich brauche unbedingt Spitzhacken. Sonst geht es hier nicht weiter. Aber ich... Erstellen, erschaffen, nicht verbessern. Aber der macht nur Waffen. Ich muss doch hier irgendwo Spitzhacken herstellen können. Vielleicht versuchen wir es mal mit einem Sägewerk. Aber Sägewerk ist ja eigentlich nur für Baumstämme und sowas alles. Erschaffen. Ne, hier haben wir was. Erschaffen. Erschaffen. So, wir haben jetzt Spitzhacken. Ob man im Sägewerk auch Seil herstellen kann? Ich glaube nicht. Erschaffen. Er ist ja nur gedrückt. Er geht automatisch voran. Und Stufe 3. Das ist hier gerade mal ein Punkt für die Lebensenergie. Wie lange soll ich denn da leveln, bis ich mit einem 160er Wolf aufnehmen kann? Ich hab doch mit 39 Lebensenergie, hab ich doch keine Chance gegen einen Wolf mit 160. Ich hab auch keine Bäume mehr, die fällen kann für Äste. Ich hab schon wieder raufgedrückt. Wettt. Ich stand da gerade irgendwo was von der Tür. Ich habe ja Türen hergestellt, also ich könnte rein theoretisch auch irgendwo Türen hinsetzen, denke ich mal. Da muss ich die Türen einfach mal mitnehmen. Hier ist die Troja. Hier wird der Kased-Türen nicht verloren. Ist das ein Klopfer? Na, HEX machen sollte ich aber fertig sein. Das kann man ja nun reißen. Und da sind die Karten, ich habe den Karten. Das kann ich nicht. Ich habe nur einen Schlag. Ich bin nicht der Karte. Du kannst du das Karte. Das war's für heute. Also Äxte und sowas kann ich alle... Ah, hier, Seil. Seil kostet Baumwolle. Ich brauche Baumwolle. Und einen chemischen Trank. Brennendes Harz. Brennendes Harz. Das brauche ich für Brennende... Also muss ich hier... mir Sachen herstellen. Müssen wir gerade mal gucken. Achso, nee, das ist die Küche. Ich muss mal weiter. Oh. Wieso sterbe ich denn? War ich vergiftet? Oder nicht geschlafen? Mal gucken. Erschaffen. Brennendes Harz. Ja, dann erschaffen wir das mal. Zweimal, viermal. Und das war's schon. So, jetzt habe ich brennendes Harz. Jetzt kann ich bei der Sägewerkstatt Seile herstellen. Aber wir gucken mal. Zum Aufwerten brauche ich Seile. Ja, klasse. Ich habe jetzt keine Baumwolle mehr. Oh, nein. Ich wollte da gar nicht rein. Ich wollte da auf Dreieck drücken. Oh. Wie lange machen wir schon? 47 Minuten. Dann werde ich gleich mal Schluss machen. Fährt angezockt. Reicht das ja dann auch erst mal? Aber das werden wir auf jeden Fall noch mal spielen. So. Davon fehlen mir noch was. Bretter fehlen mir noch. Seht ihr? Bretter, dann kann ich mein verbesserte Zuhause machen. Okay. Also ich brauche für die Zitadelle. Acht Bretter. Ich habe fünf. Ich will die Zitadelle haben unbedingt. Oh, ich bin schon 40. Ich habe schon 40 Energiepunkte. Nein, erschaffen. Brett. Und nochmal ein Brett. Und nochmal ein Brett. So. Eine Tür können wir auch noch erschaffen. So, haben wir vier Türen. Ich denke mal, die sind für das Bergwerk. Wenn wir dann im Bergwerk sind, dass wir über verschiedene Etagen gehen können. Dass der die da drin baut. Hoffe ich doch jedenfalls. Aber wir werden jetzt erst mal das Schloss bauen. Die Zitadelle bauen. Sieht ja geil aus. Und das nächst größere. Aber wieso kann... Achso, hier war das. Scheiße. Ich habe falsch geguckt. Für Wolle. Mist. Ich hätte da mal... Mist. Ich war nicht gut genug. Ich hätte das erstmal in die Sachen peugen sollen. Damit nicht mein Schloss verbessern. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich das machen wollte. Dann kriege ich nämlich Wolle und alle drum und dran. Nach und nach. Zum Erschaffen von Sachen. Aber das ist kein Problem. Oh, hier. Aber wir haben keine Bäume mehr zum Fällen. Und das ist kein Problem. Das ist aber eigentlich möglich, noch aufzuholen. Aber ich hätte da ein bisschen genauer hingucken müssen. Wieso ist denn... Wieso ist denn... Das, das? Ach, ich habe von der Brille auch noch zusätzlich was drin gehabt. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier so ein bisschen Rückkopplung ab und zu mal hatte. Wieso ist denn hier schon wieder ein Käfer? Aber da hin können wir nicht gehen, also da ist Gift. Wir müssen uns jetzt halt irgendwie so zu helfen wissen. Okay. Die Bäume wachsen nach. Das ist sehr, sehr gut. Gucken wir mal hier. Vielleicht kriegen wir später noch irgendwie eine Gasmaske oder irgendwas. ja. Aber ich bin mir mal hier. Ich bin mal hier. Ich bin mal hier. Okay, jetzt noch mal eine Teelstatt. Oh nein, 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 nicht Wolf, nicht Wolf, nicht, 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 nicht Wolf. willst du mit Papa mitspielen, Jona? willst du ausspielen? nein? oh jetzt sind hier früchte drin und der baum ist wieder da ich drück da immer drauf bauen ok uns fehlt jetzt Seil wir haben alle zusammen aber können halt nur eins uns leisten aber Seil fehlt uns müssen wir mal gucken wenn wir jetzt Seil herstellen dann am besten das mit dem Schaf machen dann passt das schon ein bisschen mehr wo war das? was machst du denn hier randalieren oder was? ne Seil können wir nicht herstellen was fehlt uns für Seil? Wolle scheiße wir brauchen Wolle nicht so tief in den Halt stecken wir brauchen unbedingt Wolle vielleicht finden wir ja hier irgendwo noch Wolle auf jeden Fall finden wir schon mal Holz Holz ist immer ganz gut Pilze Pilze sind auch gut da können wir irgendwas schönes braun mit oh 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 ein Schlag und ich war weg die war nur zu dreht so eine fein so eine fein schlawina Papa muss aufpassen hat er sagt Kinder hören mit dann haben wir auch noch keine Chance roh Kigo dann situieren die der Ich brauche unbedingt Wolle. Vielleicht ein bisschen abwarten, bis nach der Nacht oder so. Ach so, ich wollte ihr ja noch Brot beschaffen. Ich wollte der ja noch Brot beschaffen, aber... Oh, jetzt haben wir die Tiere hier, können wir hier nochmal lang fangen. Aber ich brauche Wolle, ich finde irgendwie keine Wolle. Ah! Jetzt haben wir Wolle. Nee, nur Fleisch. Mist. Ich habe echt keine Wolle. Ich habe ein Fleisch gekriegt von dem Schaf. Ich habe es doch getötet, warum kriegen wir denn keine Wolle? Meine Tochter beschmeißt mich mit der Rassel. Bitte schön. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich bin ja schon fast eine Stunde mit bei. Okay. Ja. Oder Schafschützen. Also Bogenschützen. Und dann kann man die zuweisen. Und dann kann man die zuweisen. Das wird hier vielleicht auch noch kommen. Ich weiß es nicht. Hier müssen wir uns erstmal unsere, unser Dorf, also was jetzt nur eine einzelne Hütte ist, unsere Hütte, müssen wir verbessern. Wir müssen Stelle dazu holen und so. Da bin ich ja gerade auf dem Weg. Oder wir haben ein Bergwerk, wo wir was machen können. Wir haben alles in unserem Haus drin, was so an sich echt cool aufgebaut ist. Und dass du halt, um eine Sache herzustellen, erstmal drei andere Sachen herstellen musst, beziehungsweise finden musst, finde ich so vom Prinzip her schon mal ganz gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Von mir her gibt es auf jeden Fall ein Däumchen. Vielleicht werden wir das auch mal streamen abends in einer gemütlichen Runde. Wenn es jetzt nicht gerade, ja, actionlastig sein soll, wenn wir hier so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen was Kleineres spielen. Nicht wahr, Juna? Ich würde mich jetzt hier verabschieden, wenn es euch erfreut hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Jetzt hat euer Odin. So, wo ist der Ausknopf? Da. Wo ist er? Da. Vielen Dank.